Ach du bist ein Piraten, dass jetzt mal das Schiff von anderen versenkt wird und man auf der einsamen Insel gespült wird. Ja, was macht man da? Klar. Jetzt spielt die Runde Robinson Crusoe. Wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. In Robinson Crusoe versuchen ein bis vier Spieler gemeinsam kooperativ auf einer Insel zu überleben und eines von sechs Szenarien zu überstehen. Beispielsweise muss man im ersten Szenario schiffbrüchig innerhalb von zwölf Tagen einen großen Holzhaufen aufschichten, damit ein vorbeifahrendes Schiff einen sieht. Jeder Charakter kommt mit zwei Aktionssteinen, kann auf verschiedene Weise verwundet werden, hat einen Lebenspunkte-Marker, der die Moral senkt, je weiter er nach unten geht und wenn ein Charakter tot ist, haben alle verloren. Außerdem hat jeder Charakter Spezialfähigkeiten, die er einsetzen kann. So kann der Koch zum Beispiel eine Steinsuppe kochen, also aus nichts Nahrung fast herstellen und jeder Charakter kann noch eine Erfindung machen. Zum Beispiel ist der Koch besonders gut darin, Feuerstellen zu bauen. Allerdings muss diese Erfindung erst gemacht werden, bevor sie eingesetzt werden kann. Jede Runde beginnt mit einem Ereignis. Die Ereigniskarten setzen sich aus zwei Stapeln zusammen. Einmal dieses Buch, einmal dieses Fragezeichen und es gibt immer so viele Ereigniskarten im Spiel, wie Runden gespielt werden. Beispielsweise in Runde 2 ein Ereignis ins Spiel kommt. Gefahr von oben. Während der Nacht hat ein großes Stück Holz, das vom Sturm aufgewirbelt wird, Lager beschädigt. Das würde, falls man schon ein Dach konstruiert hat, das Lager beschädigen zum Beispiel. Dann habe ich eine Runde Zeit, um den Schaden zu beseitigen. Das passiert so, dass diese Karte erstmal ins Spiel kommt. Das Ereignis der vorherigen Runde eins nach drüben schieben lässt. Und erst in der nächsten Runde, wenn dann dieses Ereignis wegfällt, vom Spielrand rutscht, dann tritt es in Kraft. Das heißt, am Anfang fängt man zum Beispiel an mit einem zufälligen Startereignis. Vorratskisten, die kann ich noch bergen. Wenn ich das in der zweiten Runde nicht schaffe, kommt es dahin. In der dritten Runde ist das ganze dann weg. Und auch die neuen Ereignisse, die ins Spiel kommen, muss ich dann quasi innerhalb von zwei Runden irgendwie beseitigen. Sonst treten eben die negativen Effekte ein. Man startet das Spiel am Strand einer Insel, die noch erkundet werden muss, markiert durch dieses Plättchen. Wenn ich dann später ein Lager baue, dann kann ich das umdrehen und kann mein Lager dann ausbauen mit Dächern und Palisaden, um mich verregen zu schützen oder verwildeten Tieren. Ich ernte auch sozusagen immer die Rohstoffe ab, die auf meinem Inselplättchen, auf dem das Lager steht, vorhanden sind. Also am Anfang einer Runde nach dem Ereignis würde ich ein Holz und eine Nahrung bekommen, die ich dann in den gemeinsamen Vorrat legen kann. Mit seinen Aktionsmarkern kann dann jeder Spieler Aktionen durchführen. Beispielsweise könnte ich einen Aktionsmarker hier auf dieses Ereignis legen, um Vorräte zu sichern. Wenn ich also einen Marker ablege, bekomme ich eine Nahrung. Wenn ich zwei ablege oder zwei Spiele einen ablegen, bekommen wir zwei Nahrung. Es gibt verderbliche Nahrung, die ich in dieser Runde verbrauchen muss und unverderbliche Nahrung, die ich einlagern kann. Ich kann auch auf die Jagd gehen, wofür ich immer zwei Marker benötige. Dann ziehe ich hier eine Tierkarte und schaue, wem ich begegne. Ein Bär wäre jetzt nicht besonders günstig. Der hat eine gewisse Kampfstärke. Der senkt meine Waffenstärke, die ich mir im Spiel aufbauen muss. Wenn ich ihn aber erledige, erhalte ich fünf Nahrung und zwei Fälle. Eine weitere Möglichkeit ist, etwas zu bauen oder eine Erfindung zu machen. Ich könnte mit dieser Aktion beispielsweise ein Lager errichten. Je nach Spieleranzahl brauche ich dafür, also bei drei Spielern, drei Holz und zwei Fell jeweils. Dann könnte ich ein Lager bauen, drehe ich mein Plättchen um. Hätte hier also quasi das Lagerplättchen. Und er könnte dann mein Lager entweder ausbauen, indem ich das Dach verbessere, das mich dann immer mehr vor Regen schützt. Oder die Palissade verbessere, die mich vor wilden Tieren oder Ereignissen schützt. Ich könnte auch meinen Waffenwert erhöhen, der mich dann zum Beispiel im Kampf gegen wilde Tiere besser macht. Ich könnte auch eine Erfindung machen. Das Spiel startet mit neun Standard-Erfindungen. Außerdem mit fünf anderen Erfindungen, die ich zufällig am Anfang ziehe und die ich bauen kann. Um eine Erfindung zu bauen, brauche ich bestimmte Voraussetzungen. Also um zum Beispiel ein Heilmittel zu entwickeln, müsste ich ein Geländefeld mit einer Ebene entdeckt haben. Oder zum Beispiel für eine Karte bräuchte ich ein Flussfeld. Wenn ich das schon erreicht habe, wie beispielsweise bei der Schaufel, dann markiere ich das mit einem grauen Stein. Die Schaufel braucht die Insel, den Strand. Das habe ich schon entdeckt. Kann ich dann mit einem grauen Stein markieren und kann die Karte dann erfinden mit der Aktion. Wenn ich das gemacht habe, drehe ich das Ganze um und ich habe dann den Effekt. Das heißt, ich habe eine Schaufel. Das bedeutet, dass ich bestimmte Aktionen durchführen kann, für die ich eine Schaufel brauche. Für eine Laterne bräuchte ich also ein Hügelfeld entdeckt, müsste ich ein Hügelfeld entdeckt haben und ich müsste die Feuerstelle gebaut haben, die der Koch bauen kann. Wenn ich das aber habe, dann kriege ich einen neuen Marker, den ich einsetzen kann, um Dinge im Lager zu bauen. Ob ich erfolgreich bin, hängt davon ab, wie viel Zeit ich investiere. Wenn ich zwei Marker investiere, dann bin ich auf jeden Fall erfolgreich. Wenn ich nur einen investiere, dann muss ich mit diesen drei Würfeln, die es für jede Aktion in verschiedenen Farben gibt. Würfeln. Und dann schauen wir mal, was rauskommt. Dieses Ergebnis würde heißen, ich bekomme eine Wunde. Ich habe mich verletzt beim Bau. Das hier würde heißen, okay, das ist nur der Wundenmarker. Also es gibt immer eine Chance, dass ich mich verwunde. Das hier würde heißen, ich habe Erfolg. Ich habe es geschafft. Das hier heißt, ich habe die Aktion nicht geschafft, aber ich bekomme zwei Entschlossenheitsmarker. Die sind ganz gut. Die brauche ich, falls die Moral mal runtergeht oder um die Spezialfähigkeiten meiner Charaktere zu aktivieren. Und ein dritter Würfel, der bestimmt, ob alles gut geht oder ob ich eine dieser Fragezeichenkarten ziehen muss. Also ob etwas passiert. Und wenn etwas passiert, dann kann das etwas Gutes sein, aber meistens etwas Schlechtes. Beispielsweise ihr braucht ein größeres Lager. Euer Lager ist zu klein. Diese Karte wird dann in den Ereignisstapel hineingemischt. Das heißt, die kommt irgendwann später vielleicht ins Spiel, vielleicht auch nicht. Und wenn es dann ins Spiel kommt, dann muss ich halt irgendwas machen. Ich muss das Lager vergrößern. Es muss dann unbedingt ausgebaut werden und es passiert etwas Schlimmes. Die nächste Aktion wäre das Ressourcensammeln. Dazu kann ich von einem benachbarten Feld und von jedem Feld nur einmal Ressourcen sammeln. Benachbart zum Lager. Da kann ich dann entweder Nahrung oder Holz holen. Nie beides. Und wenn ich nur einen einsetze, dann gilt das Gleiche. Ich muss würfeln und gucken, ob es gelingt oder ob etwas passiert. Möchte ich von einem Feld einsammeln, das weiter weg von meinem Lager ist, müsste ich einen zusätzlichen Stein einsetzen. Also müsste ich hier entweder drei Steine einsetzen. Das heißt, ich müsste zwei Charaktere rausschicken oder ich müsste halt einen einsetzen, um überhaupt hier rüber zu kommen. Und dann muss ich hier auf jeden Fall mit den Gefahrenwürfeln würfeln. Die dritte Aktion ist das Erkunden. Das heißt einfach, ich decke ein neues Inselplättchen auf und entdecke das. Auch da gilt, wenn es direkt angrenzen an das Lager ist, kostet mich das nur eins oder zwei. Auch da entweder sicher oder mit Gefahren. Und je weiter weg, desto mehr kostet es. Wenn ich ein neues Blättchen aufdecke, dann enthält es neue Ressourcen. Es könnte sein, dass neue Tierkarten reingemischt werden. Und es könnte zum Beispiel hier so ein natürliches Lagerfeld haben. Das heißt, ich könnte mein Lager dorthin verlegen abends und wäre dann sicher. Also das heißt, ich bräuchte da kein Lager bauen, sondern das wäre dann zum Beispiel eine Höhle, in die ich rein könnte. Es könnte auch sein, ich habe einen Schatz entdeckt oder etwas Interessantes. Dann ziehe ich das entsprechende Plättchen und habe zum Beispiel Holz gefunden oder eine Erfindung, vielleicht einen Sack oder einen Korb oder sonst irgendwas, was ich brauche. Wenn ich nichts anderes zu tun habe, kann ich als Aktion auch im Lager bleiben und das Lager aufräumen. Das gibt mir zum einen zwei Entschlossenheitsmarker und die Moral geht eins hoch. Wenn ich mit vier spiele, ist das aufgeteilt. Dann können zwei die Aktion machen, entweder oder. Ich könnte mich auch um eins heilen als eine Aktion. Ja, und das wäre es eigentlich von den Aktionen. Schließlich muss ich am Abend noch schauen, wie das Wetter ist. Das heißt, je nach Szenario muss ich unterschiedliche Wetterwürfel würfeln. Also hier muss ich ab dem vierten Tag jeweils einen Wolkenwürfel würfeln und ab dem siebten Tage alle drei Würfel. Und dann passieren irgendwelche Dinge. Dieser Gefahrenwürfel, dieser rote, der könnte meine Palisade beschädigen oder mich verwunden. Er könnte Nahrung verderben lassen und so weiter. Oder er könnte, ein Tier greift mein Lager an mit Stärke 3. Das könnte auch passieren. Außerdem gibt es Regenwürfel, die lassen meine Nahrung verderben und Schneewürfel, die lassen nicht nur meine Nahrung verderben, sondern ich muss auch noch Holz ausgeben, um mich warm zu halten. Also die Wettereffekte können meine Ressourcen ganz schön in Anspruch nehmen. Wie gesagt, dagegen kann ich mich schützen. Zum einen gegen Dächer, die schützen gegen die Wolken und mit den Palisaden, die schützen vor den wilden Tieren. Und schließlich muss ich abends noch Nahrung konsumieren. Jeder muss ja was essen und wenn ich diese Nahrung nicht gesammelt habe, nicht zur Verfügung habe, nehme ich Wunden. Außerdem könnte ich abends mich entscheiden, noch mein Lager zu verlegen. Allerdings, wenn ich ein Lager abbreche, dann verliere ich natürlich auch die Palisaden und das Dach und muss alles wieder neu aufbauen. Also da muss man genau gucken, wie man was macht. Ja, so läuft das Spiel im Endeffekt, Runde für Runde. Es gibt noch Schätze, die man entdecken kann. Die können gut oder auch schlecht sein. Also hier könnte ich Indiana Jones mäßig eine Peitsche finden, die mir hilft. Es könnten aber auch schlimme Dinge passieren, was häufiger vorkommt. Eine seltene Krankheit befällt uns und so weiter. Aus diesen Ereignissen und Erzählungen entsteht dann eigentlich eine eigene Geschichte, die ganz merkwürdige Effekte haben kann. Wir haben einmal ein Spiel verloren, weil ein Baum umgefallen ist auf unser Lager und wir keine Pfeife mehr hatten. Also man hat am Anfang diese Startgegenstände, die man benutzen kann. Die zieht man zufällig. Also hier zum Beispiel die Rumflasche, die Rumflasch. Mit der kann ich mich jeweils um eins heilen, kann sie aber nur zweimal einsetzen. Oder die Pistole, die könnte ich zweimal einsetzen, um plus drei Angriff gegen Tiere zu haben, zum Beispiel. Ja, das wäre das Spiel. Es gibt noch Erweiterungen dazu. Es ist ein sehr schweres, finde ich, Koop-Spiel. Also wir haben das häufiger verloren als gewonnen. Ich habe so das Gefühl, wir haben immer die Jagd ein bisschen unterschätzt. Also die gibt dann doch einiges an Boni, aber ist halt auch sehr gefährlich. Probiert es aus. Mir macht das Spiel immer wieder großen Spaß. Ja, das ist Robins und Russo. Abenteuer auf der verfluchten Insel. Ich habe jetzt noch ein bisschen was zu tun. Ich werde mal versuchen, mit ein bisschen Holz und ein bisschen Kleber den Kahn da drüben flott zu kriegen. Sollte eine Weile dauern. Macht's gut. Bis dann. Starkfels. Starkfels. Die Spielefestung. Die Spielefestung. Untertitelung. BR 2018